Insulin mischen Zunächst muss die richtige Spritze gewählt werden. Es gibt zwei Spritzentypen. Die U40 für das geringer dosierte U40 Insulin mit 40 internationale Einheiten Insulin pro Milliliter und die U100 für das höher dosierte U100 Insulin mit 100 internationale Einheiten Insulin pro Milliliter. In unserem Beispiel benutzten wir die U100. Jeder Strich auf der Spritze steht für eine halbe internationale Einheit pro Milliliter. Die Spritze wird überprüft. Es darf keine Beschädigung zu sehen sein und beide Kappen müssen auf der Spritze sitzen. Wenn Risse oder andere Defekte zu sehen sind oder eine der beiden Kappen fehlt, darf die Spritze nicht mehr benutzt werden, denn es besteht dann die Gefahr einer Infektion. Das Verzögerungsinsulin, auch NPH-Insulin genannt, hat einen milchigen Bodensatz, der mit dem darüber stehenden klaren Insulin vermischt werden muss. Dazu die Ampulle 20 mal schwenken, dann kontrollieren, ob eine gleichmäßige Mischung entstanden ist. Falls nicht, erneut schwenken. Zur Vorbereitung des Spritzens wird erst die hintere, dann die vordere Kappe abgezogen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit man nicht an die Nadel kommt und sich sticht oder die Nadel dadurch verunreinigt. Beim Aufziehen von Insulin aus Pen-Ampullen, wie hier im Beispiel, muss anders als bei Insulinfläschchen keine Luft eingespritzt werden. Das klare Kurzzeit-Insulin kann langsam direkt aufgezogen werden. Meist kommt etwas Luft mit in die Spritze. Um das zu vermeiden, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste bestehte darin, zunächst nur eine kleine Menge Insulin aufzuziehen, etwa ein bis zwei Einheiten. Gleich darauf wird das Insulin wieder zurück in die Ampulle gespritzt. Dabei bleibt die Spritze die ganze Zeit in der Ampulle stecken. Dann langsam das Insulin aufziehen. So gelingt es meist, die Spritze luftleer zu machen. Die andere Möglichkeit besteht darin, die gewünschte Menge Insulin plus etwa ein bis zwei Einheiten aufzuziehen. Dann die Spritze aus der Ampulle ziehen, Spritze nach oben halten und mit dem Finger gegen die Spritze klopfen, damit die Luft nach oben steigt. Jetzt lässt sich die Luft und das überschüssige Insulin herausspritzen, bis die gewünschte Menge an Insulin übrig ist. Nach der Kontrolle der Einheitenmenge werden die gewünschten Einheiten des trüben Verzögerungsinsulin aufgezogen. Keinesfalls darf dabei Insulin in die Ampulle gespritzt werden, sonst ändert sich die Insulinkonzentration sowohl in der Ampulle als auch in der Spritze. Nach dem Herausziehen der Nadel aus der Ampulle noch einmal überprüfen, ob die Dosis korrekt aufgezogen wurde. Jetzt kann das Insulin gespritzt werden. Dazu eine geeignete Hautstelle suchen, Hautfalte bilden und Spritze in einem Winkel von 45 bis 90 Grad einstechen. Das Insulin langsam einspritzen. Nach dem Spritzen langsam bis 10 zählen und Hautfalte loslassen. Falls ein kleiner Blutstropfen nachläuft, diesen einfach wegwischen. Die Spritze wird nach Gebrauch sicher entsorgt. 25 Minuten auf den Scheibager befestigt werden, dass er Nähe hat. Kein Entspann